2012 2012 2012 2018 2013 2013 2014 Fein. des Tages. Der Kaffee schmeckt salzig. Der Kaffee schmeckt salzig. Nur im Kino. Hallo. Was haben Sie für ein Problem? Der Kaffee schmeckte salzig. Oh mein Gott. Der Kaffee schmeckt salzig. Mein Timo, kommst du nicht hoch, du Mungo? Denk mal, Pause, ich glaube, das war scheiße. Komm rum. Der Kaffee schmeckt salzig. Das war scheiße, nochmal. Von mir oder von dir? Von dir. Mach mal. Nee, das geht doch nicht. Dann machst du einfach nur so. Ohne Geräusch. Und das Monster muss verdeckt sein. Und das heißt... ...